Und ich dachte, meine Witze wäre schlecht. Warum denn so ernst? Ich dachte, meine Witze wäre schlecht. Warum denn so ernsthaft? Warum denn so ernsthaft? Warum denn so ernsthaft? Er dreht sich zu mir und er sagt, warum denn so ernsthaft? Er kommt mit dem Messer auf mich zu. Warum denn so ernsthaft? Er steckt die Klinge in meinen Mund. Zaubern wir ein Lächeln auf dieses Gesicht. Und... Warum denn so ernsthaft? Ich bin ein Lächeln. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ich dachte, meine Witze wäre schlecht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.